Fridolin muss viel disziplinierter werden. Wie sehen Sie denn seine Chancen? Ich sehe Fridolin auf jeden Fall nicht als Gymnasiast. Vielleicht liegt es aber auch an ihrem Unterricht. Du musst das schaffen. Und dazu musst du dich jetzt halt auch mal anstrengen. Habe ich doch gar keine Zeit mehr zum Spielen. Hallo, Frido. Ich bin dein Spiegelbild. Da bin ich. Zu deinen Diensten. Ich bin perfekt. Ab morgen bist du ein 1a Schüler. Würdest du mich in die Schule gehen? Freiwillig? Gerne. Das ist für mich, ja. Noch 10 Minuten. Fertig. Das ist alles richtig. Das müssen wir feiern. Die hockt für dich in der Schule. Und alle Tekken. Du wärst plötzlich so ein Superstreber. Wo hast du denn hier? Na, ihr Duschen? Sie sind gefährlich. Die wollen uns unser Leben wegnehmen. Unsere ganze Klasse ist in Streben verschwunden. Sehr sehr wichtig. Einer von uns beiden ist hier überflüssig. Das ist meins Zuhause, nicht seins. Die ganze vierte Klasse ist auf einmal so in Ruhe. Wir müssen unsere Klasse retten. Leopold. Jetzt nicht das Ding. Sorry. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017